In einer beschaulichen Siedlung tobt seit Jahren ein Nachbarschaftsstreit und plötzlich gerate ich zwischen die Fronten. Wieso ist der Reifenblatt? Du, das sieht aus, als hätte da jemand reingestochen. Das war dann wohl die Frau Berger. Mama, Mama! Was war das? Was war was? Verflucht Frau Berger, Sie haben doch jetzt nicht wirklich... Anna Berger macht ihr Nachbarn das Leben zur Hölle. Doch plötzlich stirbt die 66-Jährige einen qualvollen Tod. Es könnte ein Herzinfarkt gewesen sein, aber ich will auch Vergiftung nicht ausschließen. Krass, hat dir einer um die Ecke gebracht, oder wie? Ich bin Alexander Holt und ich werde herausfinden, ob die Alleinstehende Rentnerin Opfer eines erbitterten Nachbarschaftskrieges wurde. Menno, Elias, du wirfst die ganze Zeit daneben. Nein. Doch. Ach, nein. Komm her, sie ist das, was ich hier habe. Straßenerkreide? Cool. Genau. Ich gehe mal schnell duschen, ihr bleibt schon hier. Ich bin gleich wieder da, ja? Nein. Gib mir mal das Grün. Nein, ich male einen Baum. Das soll ein Baum sein? Gib her. Nein. Elias, gib her. Nein. Hi, Kinder. Das ist aber ein schöner Baum, Elias. Sie sind doch sonst immer voll gemein zu uns. Bin ich das so? Das tut mir leid. Sagt mal, wollt ihr als Entschuldigung ein Glas von meinem selbstgemachten Apfel-Rhabarbersaft? Den habt ihr doch so gern. Aber den haben sie doch vor uns versteckt, weil wir immer heimlich genascht haben. Den habe ich nur in den Schuppen gestellt. Also wollt ihr? Dann kommt. Den Saft mag ich echt am liebsten. Oh, das höre ich aber gern. Kommt. Hey! Hier ist es voll dunkel. Lassen Sie uns raus. Erst wenn ihr gelernt habt, wie man leise spielt. Dann trinken wir aber ihren ganzen Saft aus. Den ist da gar nicht mehr drin. Den habe ich in die Garage gebracht. Lassen Sie uns raus. Bitte. Ich habe Angst. Ja, so ist das, wenn man unartig ist. Jetzt werdet ihr mal sehen, wie man mit bösen Kindern umgeht. Mia? Elias? Frau Berger, haben Sie meine Kinder gesehen? Nein, tut mir leid. Mia? Elias? Haben Sie meine Kinder gesehen? Nee, sorry. Mama, Mama! Mama! Was war das? Was war was? Verflucht, Frau Berger. Sie haben doch jetzt nicht wirklich... Sie haben doch jetzt nicht wirklich... Mia? Elias? Mama! Mama, wir sind hier im Schuppen. Lassen Sie mich ruhig raus. Frau Berger, schließen Sie sofort die Tür auf. Alles okay? Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Sie terrorisieren seit Jahren die ganze Nachbarschaft. Aber Dasti, das führt wirklich zu weit. Sie hätten Ihre Belger besser erziehen sollen. Solche Plagegeister kann man ja nur wegstecken. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Das werden Sie noch bereuen, das schwöre ich Ihnen. Mama, warum hat Frau Berger uns eingeschwert? Weil sie eine böse und einsame alte Hexe ist. Aber keine Sorge, das macht ihr nie wieder. Dafür sorge ich. Ihr geht schon mal vor ins Haus, ja? Bin gleich da. Wie kann man nur so verbittert sein? Kleine Kinder einsperren. Was ist denn hier los? Das war ein geiler Trip gestern. Das machen wir nochmal. Du, das fand ich ja auch. Vor allem die Stöcke, die du ausgesucht hast. Mein Motorrad, das lebt einfach Kurven. Du musst uns echt öfter besuchen kommen, Alexander. Karin meckert ja immer, weil ich so viel Motorrad fahre. Aber nicht, wenn unser Ehrengast da ist. Ach, das lässt sich einrichten. Okay. Ich hole mein Motorrad. Was ist denn das? Wieso ist der Reifen platt? Du, das sieht aus, als hätte da jemand reingestochen. Das war dann wohl die Frau Berger. Die Frau Berger? Die Nachbarin, die mir gestern den Strafzettel beschert hat? Ja, und ein zerstochener Reifen ist für sie noch relativ harmlos. Harmlos? Allerdings, sie hat hier schon einigen Autos in der Straße den Lack verkratzt. Du, ich habe ja schon gehört, dass die bei jeder angeblichen Urgestellung die Polizei ruft. Aber so was, das geht doch gar nicht. Die Nachbarin aus der Hölle. Wieso unternehmt ihr da eigentlich nichts? Die halbe Nachbarschaft hat schon Klage gegen sie laufen. Das juckt die nicht. Ja, da muss unsere nächste Tour wohl warten. Ach was, ich fliege dir den. Wie, bist du auf so was eingerichtet? Ich kann auch gerade die Leute anrufen. Die Berger hat mir schon so viel Reifen zerstochen. Das fliege ich im Schlaf. Ja, dann kann ich wenigstens bis zur nächsten Werkstatt fahren, dass sie das dann professionell nochmal checken. Ich hole schnell mal ein Werkzeug. Das ist gut. Klar, Gregor, dir wäre sowas nicht passiert. Gregor? Tachaholt, ich habe schon gehört, dass Sie wieder bei Herrn Kletter zu Besuch sind. Schön, dass ich Sie wiedersehe. Geht es Ihnen gut? Ja, nur mein Ex-Mann. Haben Sie schon gehört, was unsere liebe Frau Berger sich wieder geleistet hat? Allerdings. Na, dann ist sie ja heute in Topform. Vorhin hat sie nämlich meine Kinder in ihren Schuppen gesperrt, weil sie ihr zu laut gespielt haben. Eingesperrt? Und ich dachte, es geht nicht schlimmer, als sie vor fünf Monaten unseren Hund Bonzo umgebracht hat. Was, die hat ihren Hund umgebracht? Laut Tierarzt wurde er mit Frostschutzmittel vergiftet. Ich habe die Berge angezeigt, aber man konnte da nichts nachweisen. Irgendwer müsste der mal Vernunft einbläuen. Sie können auch sowas bestimmt ganz gut als Richter. Eigentlich bin ich im Urlaub. Ach, bitte, Herr Holt. Also gut, ich versuche morgen mal, mit der zu reden. Aber versprechen kann ich nichts. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ach, Herbert. Diese Gören treiben mich noch in den Wahnsinn und ihre Mutter verzieht sie auch noch. Wenn uns Kinder vergönnt gewesen wären, wir hätten sie besser erzogen. Du bist sicher ein guter Vater gewesen. Du bist der Einzige, der mich immer verstanden hat. Warum hast du mich allein gelassen? Tja, ich weiß schon. Du hast immer gesagt, ich soll mir ja nicht erlauben, vor dir abzutreten. Weil du alleine nicht zurechtkommst. Aber ich vermisse dich so sehr. Ich weiß nicht, Durch was einfach versuchen, hier klarzumachen, dass so eine Nachbarschaft, naja, dass das eine Gemeinschaft ist, in der man sich mit Respekt begegne und vor allem friedvoll miteinander umgehen sollte. Und dass so ein Kleinkrieg auch gar nicht nötig ist. Ob das auch nicht hinhaut? Du und wenn nicht, dann mache ich hier mal klar, dass eine Freiheitsbewerbung von zwei Kindern ein ganz anderes Kaliber ist als eine Sachbeschädigung. Da wandert sie unter Umständen sogar ins Gefängnis dafür. Frau Berger? Seltsam. Frau Berger? Weißt du, die war nicht immer so. Früher war die sogar mal ziemlich cool drauf. Die wollte sogar mal eine Runde mit mir auf meinem Bike drehen. Aber als dann ihr Mann gestorben ist vor zwei Jahren, da hat sie sich zurückgezogen und ist total bösartig geworden. Als ob ihr hier jemand den Stecker gezogen hätte. Du weißt gar nicht, wer ich du weißt. Worüber wollten Sie denn mit Frau Berger sprechen? Über ihr Verhalten gegenüber Nachbarn. Sie hat sich hier, naja, nicht besonders beliebt gemacht. Tja, nachdem ihr Notruf eingegangen ist, haben mich die Kollegen von der Streife direkt über die Situation in der Nachbarschaft informiert. Frau Berger scheint ja bekannt gewesen zu sein. Ja. Aber Sie kommen doch gar nicht hier aus der Gegend. Nein, ich bin gerade bei einem Freund zu Besuch. Na, dann könnte es Ihnen doch eigentlich egal sein, was Frau Berger hier so treibt. Naja, aber die Leute hier kennen mich und die wissen, dass ich Richter bin. Und so wurde ich eben gebeten, ihr mal ins Gewissen zu reden. Ja, die Nachbarn dachten, sie können Sie mit ihrer Autorität zurück auf den rechten Weg führen. Ja, aber dazu ist ja jetzt nicht mehr gekommen. Als ich geklingelt habe und Frau Berger nicht aufgemacht habe, habe ich ihr durchs Fenster gesehen und habe sie da liegen sehen. Also die Leichenstarre hat sich gelöst. Ich vermute, sie liegt seit gestern Abend hier. Es könnte ein Herzinfarkt gewesen sein, aber ich will auch Vergiftung nicht ausschließen. Vergiftung? Das klingt ja sehr nach Firmbeinwirkung. Ihr sichert mir bitte hier die Lebensmittel, vor allen Dingen die Sachen auf dem Tisch. Gut möglich, dass das Gift dort drin gewesen ist. Ich bringe Sie raus. Dankeschön. Dankeschön. Das heißt, Sie gehen von einem Verbrechen aus? Ich denke, selbst mal können wir ausschließen, dann hätte sie kaum das Abendessen vorbereitet. Da ist was dran. Scheiße, was ist denn hier los? Ist da etwas mit Frau Berger? Sie kennen Frau Berger? Ja, klar. Wir wohnen nur ein paar Häuser weiter hier. Und wer sind Sie? Linus Jeckmann. Und das ist meine Frau Manuela. Aber was ist denn hier eigentlich los? Frau Berger ist gestern Abend verstorben. Oh Gott. Krass. Hat die einer um die Ecke gebracht, oder wie? Wie kommen Sie darauf? Ja, so Typen wie den da, den kenne ich nur aus Krimis. Und überhaupt, Frau Berger, die hat sich doch hier mit der ganzen Nachbarschaft angelegt. Es musste so kommen. Gestern ging es ja auch schon wieder richtig rund. Inwiefern? Ja, die alte Berger, die hat die Kinder von der Frau Schulz hier einfach in den Schuppen eingesperrt. Und daraufhin ist die Frau Schulz richtig abgegangen. Die hat gesagt, wenn sie den Kindern noch einmal zu nahe kommt, die Frau Berger, dann wird sie das bereuen. Also das hatte ich sicher nur aus dem Affekt rausgelegt. Kann man nicht vorstellen, dass die Frau Schulz so was ernst gemeint hat. Ja, das werden wir dann sehen. Wiedersehen. Tschüss. Der Kommissar hat ja vorhin von dem Streit zwischen der verstorbenen Frau Berger und Julie Schulz erfahren. Und daraufhin wollte er sofort mit ihr sprechen, aber zu Hause war sie nicht. Und deshalb hat er sie hierher auf die Polizeidienststelle bestellt. Und daraufhin hat sie wiederum gleich mich angerufen und mich gebeten, ob ich ihr zur Seite stehen könnte. Ich tue ihr gern den Gefallen, denn schließlich kenne ich sie. Und ich habe ja gestern auch gehört, was Frau Berger mit ihren Kindern gemacht hat. Guten Tag, Frau Schulz. Hallo, Herr Holt. Wo ist denn der Kommissar? Der ist kurz raus zum Telefonieren. Vielen Dank, dass Sie kommen konnten. Aber Ihnen ist schon klar, ich bin Richter. Ich kann auf keinen Fall eine anwaltschaftliche Vertretung übernehmen. Mir reicht es schon, wenn Sie mir als Bekannter beistehen. Sie als Richter kennen das Gesetz doch in- und auswendig. Ich habe langsam echt Angst. Wissen Sie, die glauben wirklich, dass sich der Berger was getan hat. Aber jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Schulz. Das ist reine Routine. Die Polizei vernimmt sicherlich noch alle aus der Nachbarschaft. Beantworten Sie die Fragen einfach ehrlich. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Herr Holt. Hallo. Dann können wir weitermachen. Sie geben also zu, Frau Berger gestern Abend gedroht zu haben. Was heißt gedroht? Ich habe ihr gesagt, sie soll meine Kinder in Ruhe lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass die Frau Berger die beiden zuvor in ihren Schuppen gesperrt hat. Vielleicht. Aber auch ein mögliches Motiv, Frau Berger, etwas anzutun. Ich habe ihr aber nichts getan. Sehen Sie, die glauben, ich war es. Dafür gibt es auch keinerlei Beweise. Noch nicht. Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 7 und 10 Uhr? Ich habe meine Kinder ins Bett gebracht und dann bin ich auf die Couch und habe fern gesehen. Ehrlich, ich habe mit dem Mord an Frau Berger nichts zu tun. Es ist ja auch noch gar nicht hundertprozentig klar, dass es überhaupt ein Mord vorlag. Oder und selbst wenn. Da gibt es sicher einige in der Nachbarschaft, ganz viele, die schlecht auf die Frau Berger zu sprechen waren. Genau, alle haben Sie gehasst. Gut, gab es denn jemanden, der aus der Masse rausgestochen ist und einen Grund hatte, Frau Berger umzubringen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sowas tun würde. Entschuldigen Sie. Ich muss da nochmal dran. Sie finden alleine raus, wir sind hier fertig. Fällt Ihnen wirklich niemand ein. Es müsste jemand gewesen sein, der Zugang zu den Lebensmitteln von Frau Berger hatte. Obwohl, warten Sie, Frau Bergers Neffe Michael, der kam gestern noch vorbei. Der hatte einen Korb voller Lebensmittel dabei. Vielleicht war da das Gift irgendwo drin. Und hätte der denn den Grund, seiner Tante was anzutun? Keine Ahnung. Und wissen Sie, wo ich den finden kann? Der hat ein Bistro in der Kaulstraße. Das ist ein Bistro in der Tausendung. Die Polizei war vorhin hier und hat mir erzählt, was passiert ist. Sie waren ja gestern noch bei Ihrer Tante, oder? Ja, da gab es ein Problem mit Ihrer Nachbarin oder so. Ihre Tante hat ja den Nachbarn das Leben nicht immer unbedingt leicht gemacht. So schlimm wie alle sagen, war sie gar nicht. Sie war alt und ein bisschen eigen, viele Dinge ein bisschen anders gesehen, aber im Grunde war sie ein ungänglicher Mensch. Entschuldigung, ich unterbreche Sie wirklich ungern, aber nach allem, was ich gehört habe und auch selber erlebt habe, also... Ja, nach außen hin war sie immer ein bisschen hart, aber eigentlich war sie echt verletzlich. Also Ihre Nachbarn sehen das ein bisschen anders. Diese Nachbarn, die sind auch mit Schuld daran, dass immer alles so eskaliert ist. Ich meine, sie war verwitwet und einfach nur einsam. Und diese Nachbarn, die haben sich irgendwie gegen sie verschworen. Und am Ende hat es sogar vielleicht einer von denen... Also ich verstehe, dass Sie das so sehen müssen, weil immerhin war sie Ihre Tante. Ja, sie war alles, was ich an Familie noch hatte. Und umgekehrt genauso. Das heißt, Sie hatten keinen Grund, ihr was anzutun. Quatsch natürlich nicht. Na? Wie war das Essen mit Papa? Ganz okay. War hier irgendwas? Sag du es, Mia. Mia war beim Essen total pampig und hat kaum zwei Sätze mit mir geredet. Hast du wieder schlecht vor den Kindern über mich gesprochen? Nein, du weißt ganz genau, dass ich sowas nicht machen würde. Klar. Du würdest doch alles tun, damit ich die zwei nicht mit nach Amerika nehme. Jetzt fang nicht wieder damit an. Das hatten wir doch schon. Ich nehme doch Mia nicht sechs Monate aus der Schule, nur weil dein Chef dich nach Boston schickt. Aber die zwei sind auch meine Kinder und das ist eine einmalige Chance für die Kids, um neue Erfahrungen zu sammeln. Die Kinder bleiben hier, Gregor. Sicher, dass du da nicht schon im Knast sitzt? Was willst du denn damit sagen? Ich habe doch mit Frau Bergers Tod nichts zu tun. Zu sowas wäre ich überhaupt nicht fähig. Wirklich nicht? Mich hättest du doch auch beinahe mal umgebracht. Was? Ja, kurz nach unserer Scheidung, als ich dieses Herzrasen hatte. Da hast du mir die falschen Tabletten gebracht. Die hätten mich killen können. Ich habe in der Panik die falsche Schachtel gegriffen. Das weißt du ganz genau. Klar, das hast du zumindest immer behauptet. Aber eins verspreche ich dir. Ich lasse meine Kinder nicht bei einer potenziellen Mörderin. Ich werde um das Sorgerecht kämpfen. Verlass sofort mein Haus. Tschüss. Wiedersehen. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ehrlich gesagt, ich hatte nur mit ihrem Chef was zu besprechen. Wiedersehen. Dann sind Sie bestimmt der Anwalt von Michaels Tante, oder? Also ehrlich gesagt... Wie viel hat die Alte springen lassen? Sie sprechen vom Nachlass von Frau Berger. Ja klar, sonst wären Sie doch kaum hier, oder? Ich hoffe, sie hat ihm einen fetten Batzen vererbt. Sonst muss der Ärmster nämlich wirklich den Laden dicht machen. Läuft wohl nicht so besonders. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Die Bank sitzt ihm schon total im Nacken. Entschuldigung. Holt? Jetzt mal ganz langsam. Was ist mit Ihrem Ex-Mann? Wissen Sie was? Am besten komme ich kurz bei Ihnen vorbei. Dann können wir in Ruhe über alles reden. Wiederhören. Also, wiedersehen. Wiedersehen. Können Sie mir nicht sagen, mit wie viel Geld mich er rechnen kann? Also, beim besten Willen nicht. Kommen Sie, teilen Sie Ihr kleines Geheimnis mit mir. Also gut. Ich bin Richter, aber mit dem Nachlass von Frau Berger, da habe ich nicht das Geringste zu tun. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ich bin Richter, da habe ich nicht das Geringste zu tun. Ich bin Richter, da habe ich nicht das Geringste zu tun.